Mal eine kurze Frage. Haben wir ein paar Berner im Chat? Ist irgendetwas von Bern? Oder ist irgendetwas IB-Fan? Müsste ich besser sagen. Hier ist ein Berner. Okay, okay, okay. Wir haben einen Berner im Chat. Yes! Dann habe ich jetzt etwas von euch, was euch gefallen wird. FCB for the win, sorry. Digger, FCB komplett zum Kotzen. Goethe Finale auch verloren. Was soll das? Ich habe den Goethe Finale geschaut. Instant keinen Bock mehr gehabt. An alle, die IB-Fans sind und an alle, die nicht IB-Fans sind. Schaut mal, was ich für euch habe. Marco Wölfli beendet seine Karriere mit dem Double. Marco Wölfli, absolute Legende. Er hat in den Nazi gespielt. Dies, das. Ich bin Basel-Fan. Ich sage es, wie es ist. Ich bin Basel-Fan, aber Marco Wölfli, absolute Legende. Und jetzt haben sie hier... Sie haben hier so ein Video aufgeladen auf dem Kanal von IB, weil der Wölfli ja auch zurückgetreten ist bzw. seine Karriere beendet hat. Und er sagt jetzt, glaube ich, Sachen zu den Karrieren und so. Und das muss man sich einfach reinziehen, weil der Wölfli ist einfach eine Legende. Diese andere Legende. Basel zum Kotzen. Ja, Digger, Basel hat gerade im Final verloren. Ich sage nichts mehr. Aber immer Basel-Fan. Egal was passiert. Immer Basel-Fan. Marco Wölfli, jetzt ist es so weit. Jetzt ist definitiv vorbei. Wie viel stehst du morgen? Müht. Aber eigentlich im Gross und Ganzen gut. Ich bin glücklich. Ich glaube, wir haben etwas Unglaubliches erreicht gestern mit dem Double. Nein, Digger, was? Unglaublich, Alter. Hey, unser Goal hat oft reingeschissen. Der Ball ist durch die Hände. Ich sage es, wie es ist. Aber krass, dass es auch ein Interview gibt, nachdem sie Gebsieger geworden sind. Als ob sie nicht komplett abgestützt sind. Und ich habe vor allem Freude und den Moment geniessen. Hast du schon realisiert, dass es jetzt wirklich fertig ist? Es war ein langer Prozess. Es war etwas aussergewöhnlich. Aber wie sehr realisiert man das schon? Ja, ich habe es sicher realisiert. Aber ich glaube, der Moment jetzt mit den Emotionen von gestern, mit dem Match und jetzt noch etwas mit der Müdigkeit. Ich glaube, erst in den nächsten paar Wochen, dass es jetzt definitiv fertig ist. Du musst immer den Körper hier behalten und mental bereit sein. Und ja, ich habe mich vor allem mit den letzten paar Wochen schon ein paar Mal verabschiedet. Spielmann war einfach am starksten. Für die, die es nicht wissen, Spielmann war der, der geschossen hat. Nein, einfach nicht. Diese Saison sind sie nicht schlecht gewesen. Aber nächste Saison Basel Safe Meister. Ich kenne es jetzt rein. Basel Meister 2021. Bescheidert. Aber ich glaube, dass es jetzt definitiv ist. Und jetzt, wenn ich immer noch Räume und alles bin, das wird sicher in den nächsten Tagen auch ein bisschen emotional sein. Aber das soll auch so sein. Ich glaube, es waren sehr schöne Zeiten, die ich hier bei IBA erleben durfte. Und da schaue ich sicher auch sehr gerne zurück. Nein, vergiss es dich an. Safe Meister. Safe Meister. Gestern ist ein perfekter Abschluss mit dem Double. Eigentlich schon vor zwei Jahren, 2018, war es schon viel besser, hätte es gar nicht mehr kommen können. Und trotzdem ist es einfach immer noch besser geworden. Ja, das ist so. Ich glaube, dann im 18. Ich glaube, das mit den Emotionen, die dann passiert ist, das haben wir schon manchmal darüber gesprochen. Das ist, glaube ich, einmalig im Fuss. 2018, wo IBA Meister wurde, habe sogar ich gar nicht gefunden. Ich habe es so geguckt auf SRF1, wieso alle aufs Feld gestürmt sind und so. Weil das hat man beim FCB so lange nicht mehr erlebt. Ich bin schon FCB-Fan und ich finde, ich bin natürlich auch komplett wack. Man gönnt sich an den anderen und auch die anderen sollten ja mal ab und zu etwas gewinnen. Aber Basel kommt wieder. Ich glaube, es ist immer weitergegangen. Wir sind Meister geworden. Ich konnte die Champions League gegen Juve spielen. Wir haben noch gewonnen zu Hause. Und dann auch schon am Schluss noch das Taubel. Ich glaube, es ist unglaublich schön. Und ich bin vor allem auch sehr dankbar, dass ich das auch durfte. Der Adi, der Erfolgsfan. Hey, ich habe gesagt, ich bin Basel-Fan. Das darf man da nicht falsch verstehen. Ich bin Basel-Fan, auch wenn wir absteigen. Aber es nicht wird passieren. Ja gut, so schlecht sind wir jetzt nicht dran. Wir sind gar nicht so schlecht dran. Es ist einfach gerade eine scheiss Phase. Der Präsident ist jetzt nicht die erste Saison, aber es kommt wieder. Wir kommen wieder. Gegen IB haben wir nie schlecht gespielt in dieser Saison. Miterleben. Und ich freue mich jetzt. Aber auch, dass ich jetzt mal ein bisschen runterfahre. Das ist klar. Wie viel Wehmut war gestern Abend dabei? Es ist eigentlich noch gegangen, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe vor allem den Moment genossen. Ich glaube, es sind die positiven Emotionen, die wir gestern hier hatten. Es war ein sehr spannender Match. Wir wollten es unbedingt erholen. In der ersten Halbzeit war es nicht gerade so einfach. Aber schlussendlich haben wir verdient gewonnen. Ich glaube, ich habe vor allem den Moment genossen. Ich habe einen Cousin, der beim FC Basel erste Mannschaft spielt. Wer denn? Weisst du das? Ich denke, es wird sicher in den nächsten Wochen auch das Kabinenleben kommen. Und alles Mögliche, was mir im Stadion fehlt. Oder einfach schon einmal auf den Platz trainieren. Es wird sicher ein wenig Wehmut kommen. Aber ich glaube, es muss auch so sein. Und das gehört auch dazu. Du hast so viel erlebt hier. Was bleibt am Schluss? Also weisst du, was sind für Momente, die für dich am Schluss wieder in den Sinn kommen? Wenn du zurückdenkst an all die Jahre? Puh, es sind viele Momente. Ich glaube, das Ganze gehört dazu. Ich glaube, der Weg. Raul Betretta ist dein Cousin. Zähne, dass Raul Betretta dein Cousin ist. Zähne. Aber wenn das stimmt, dann wirklich crazy. Wenn das kein Joke ist, not bad. Wir haben zusammen gemacht. Es ist nicht so wie in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir nur am Jubeln waren. Wir konnten sehr viele schwierige Momente erleben. Wir haben zusammen gerannt. Wir haben zusammen geflucht. Aber ich glaube, wir haben vor allem zusammen gejubelt. Wir hatten zusammen Freude. Es ist ein sehr ehrlicher Verein. Es ist ein familiärer Verein. Es ist das, was mir immer die Freude gemacht hat. Und warum ich auch immer wieder verlängert habe. Dass ich diesen Weg mit Ibe, dass ich immer gemerkt habe, es ist richtig hier zu unterschreiben. Bei jeder Unterschrift hat es mich glücklich gemacht. Ich glaube, das war genau das, was für mich ausschlaggebend war. Der Verein hat sich extrem verändert. in der Zeit, in der du dabei warst. Es ist wie eine andere Welt. Ja, ich glaube... Ibe hat sich wirklich verändert, aber halt ins Positive. Und der FCB hat sich auch verändert. Einfach. Das will ich sagen, so ins Negative. Leider. Das ist so. Ich glaube, als ich angefangen habe, jetzt glaube ich im Durchschnitt zweieinhalbtausend Zuschauer. Und jetzt ist mittlerweile, im Normalfall, jetzt um die drei, vier, viertausend Zuschauer im Durchschnitt. Und da sieht man schon den Weg, den wir gemacht haben. Alter, stell doch das mal vor. Zweie Tausend Zuschauer. Damals und jetzt einfach zweieinzwanzig oder vierzwanzigtausend. Das erinnert mich auch fast an meinen YouTube-Kanal. Nein, und ich glaube, es war ein sehr intensiver Weg. Sicher nicht immer einfach, das ist klar. Aber ich glaube, mit dem alten Wankdorf. Und dann sind wir ins Neufeld. Und dann sind wir wieder hierher gekommen. Und ja, jetzt heisst es wieder Wankdorf. Von dem her wird sich, glaube ich, der Kreis wieder schliessen. Und äh... Es ist, glaube ich, gut, dass ich gehen kann. Aber es ist schon so. Es hat sehr viel verändert. Es ist auch sehr viel grösser geworden. Oder noch professioneller. Und ähm... Es ist für mich vor allem schön, dass ich diesen Weg mitprägen konnte. Es waren Jahrzehnte. Also es ist wirklich der grosse Wechsel von Ihnen ein ganz anderes, ganz neues Leben. Was kommt jetzt? Ja, das werden wir dann sehen. Ja, erst mal chillen ein bisschen. Ich habe ja eh genug Geld verdient, oder? Und dann erst mal chillen ein bisschen. Ich habe ja eh genug Geld verdient, oder? Ja, dann schauen wir mal. Wird schon etwas hier machen können? Nein, ich freue mich jetzt auch auf das neue Kapitel. Ich glaube eben, für einen Fussball gibt es, glaube ich, nichts Schöneres, als mit einem Ja-Taube aufzuhören, in den letzten drei Jahren vier Titel zu holen. Das ist, glaube ich, ein guter Moment, um aufzuhören. Aber jetzt kommt es... Ja, kann man sagen, als IB-Spieler, ja. Als FC-Spieler wäre es jetzt nicht so positiv. Neues Kapitel. Ich freue mich jetzt darauf, dass ich sicher den Weg mit IBD weiterfahren kann. In welcher Position werden wir ihn sehen. Aber jetzt sicher in der nächsten Zeit, in der sie sich mal die Familie geniessen. Weil, ja, ich bin sehr dankbar, dass sie mich immer so gut unterstützt haben. Wenn man dann schaut, ob meine Frau mehr nach ein paar Wochen dann wieder irgendwie rausschiesst, aus dem Haus. Aber, äh... Nein. Ich glaube, jetzt ist sicher mal ein bisschen runterfahren, die Familie geniessen und das mit IBD. Und das Zweite, was ich sicher auch machen will, ist das mit Immobilien. Das ist meine zweite Leidenschaft. Ja, ich habe jetzt irgendein Cash auf der Seite. Ich kaufe mir ein paar Wohnungen, ein paar Blöds. so, ja. Immobilien, die beste Investition ans Fussballer. Safe. Wo ich mich jetzt als zweites Standbein schon ein bisschen aufbauen kann. Wo ich sicher auch dort weiterfahren will. Und da will ich mich auch darauf freuen jetzt. Jetzt hast du deine Handschuhe unter die Schuhe an den Nagel gehängt. Wie wirst du beim Schuten bleiben? Also, wie wirst du in der Freizeit noch schuten mit Kollegen? Oder ist es vorbei? Ich habe mir da noch nie grosse Gedanken gemacht. Und ich dachte, ich denke, jetzt in der nächsten Zeit ist es sicher mal zuerst ein bisschen runterfahren. Jede Frage, die er beantwortet, ja jetzt in der nächsten Zeit ist es auch mal ein bisschen runterfahren. Mit meinen zwei Jungs sicher im Garten ein bisschen schuten, das ist klar. Aber sonst würde ich dann mal schauen, was sich da gerade ergibt. Vielleicht sage ich mal, ich will mal ein bisschen Ruhe. Ich will jetzt mal ein bisschen nicht auf dem Fussballplatz sein. Es kann sehr gut sein. Aber vielleicht sage ich nach einem Monat schon wieder, ich brauche es wieder ein bisschen. Ich will mit den Kollegen gucken. Das werden wir dann sehen. Ich habe da wirklich noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Weil ich vor allem den Moment genossen habe. und wegen dem werden wir ihn dann sehen. Ja, crazy Geschichte vom Wölfli. Ich schaue jetzt das Video nicht fertig, weil so spannend ist es doch auch nicht. Ich habe gedacht, der erzählt ein bisschen emotionalere Sachen. Aber Marco Wölfli, absolute Legende. Im Schweizer Fussball-Sport. Ich als alter Fussball-Journalist weiss er es natürlich. Nein, ich glaube, da kann man auch ein Basel-Fammer sagen, nice in Karriere gesehen.